Ja. Achso. Ich bin dran. Äh, was muss ich machen? Ja. Den Thomas töten. Der mich da versteckt hat. Alter, was war das denn? Ich glaub ich... Was war das denn? Du hast gerade uns alle getötet. Was war das denn? Nein. Die waren alle nicht. Das war wohl... Ah. Was war das? Murmachett und... Ja, gut. Ich dachte, das wird nicht gut an. Nein. Ui. Ja. Nein. Alter. Nein. Nein. Das geht in die Hose, aber egal. Alter. Hör auf. Jetzt häng ich hier in dem Loch, oder was? Alter. Ich hol jetzt nicht mein Seil hier raus. So. Wo jetzt? Oh, das ist... das ist gut, ja? Hau ab, du Depp! Boah. Nein! Mann, nee. Der war krass, Alter. Nein! Nein! Die Heilige Handgranate? Alter, warte! Nein! Oh, scheiße! Kann ich das noch ein bisschen steuern? Dass das irgendwo hinläuft? Ähm... Nee. Ich kann es nur auslösen, oder was? Ja. Oh, das war längst. Ach, das kann ja... Das kann ja... Das kann ja alles... Alter Schwede! Hallo? So, was machen wir denn jetzt hier, hallo? Nein, ich will doch was machen. Ach ja... Was mach ich denn dann mal? Was ist das denn? Boah... Das war der Weltfreund. Wer weiß, was jetzt... Was macht die? Die hat ein... Die hat ein Rope, bestimmt. Das kannst du steuern. Ja. Oh je, oh je. Alter. Ich geh lieber noch mal ein Stückchen weg. Äh... Naja, ein gutes Stückchen weg. Ja, ich... Ich könnte noch ein bisschen weiter weggehen an deiner Stelle. Wenn das zurückläuft, alter, bist du tot. Alter! Was macht die wendige, alte Frau? Ey... Ich will's gar nicht wissen, was die macht. Da kommst du nicht hoch, musst du nicht sein, nimmer. Ja, ist die wendig, dann kommt die doch da rüber. Ja... Hahaha... Hahahaha... 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 Scheiße... Hahahaha... Hahahaha... Oh... Oh man, oh man... Okay, was ist das? Oh Gott... Was hab ich gemacht? Alter! Wo bist du denn? Was machst du? Alter! Alter, was machst du... Was ist das denn? Nein, das ist nicht gut! Nee, das ist nicht gut, ey. Uh... Oh hohohohohohohohohohohhohohohohohohohohohohohoho... tells euch im Hintergrund verliebt vom VoldemATION Lazar mit uns reden. Du kannst dich auch nicht wehren, ne? Nein! 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Was? Liberty Strike? Hat einer schon mal den Liberty Strike gemacht? Why do you have the bullet tasks? Ah! Oh, okay! No pressure, just relax! Ooh! Oh! auch der weg die heilige handgranate von antioca die muss ich Oh, nicht schlecht. Die liegt gut. Volltreffer, ey.